Hallo again, heute am Freitag, dem 9. April 2021, direkt vom Central Festival, bin ich hier beim Kite on the Beach. Und heute Nachmittag wird dieses Event eröffnet hier am Beach. Ja und hier habe ich den Moderator von heute, dem MC of this event, Woody. Can you tell me what happens here? What we have right now is the Kite on the Beach Festival. We brought many Kites from Thailand to show everyone on the beach right here in order to boost up the business, boost up economy and also to be another way, another option for tourists to come over here that we are. So it's gonna be hundreds of different kinds of Kites. So more than 100, yeah? Ja, more than 100 different different types of Kites. And the biggest one I read, it's, uh, 300 meters, ah, 15 meters. 50 meters. The biggest one is 15, 15, 15 meters. And we will see today? Yes, right there. Okay. Thank you very much. You're welcome. Und hier werden Kites oder Drachen wie auch immer bemalt von Künstlern aus Parteiat. Und hier werden Kites oder Drachen wie auch immer bemalt von Künstlern aus Parteiat. Das ist eine große Herausforderung. So, ich denke, du bist einer der Managern hier, wo du bist? Vielen Dank, ich bin Ron Spaulding, ich bin aus der USA, Thailand. Thailand. Das ist wichtig. Ja, und das ist ein Thai-Kite? Das ist ein Gentleman, der große Wale-Kite hat. Für den großen Wale-Kite braucht man diese Wale-Kite, das nennt man einen Pilot. Und natürlich ist er aus Thailand, also haben wir die Thai-Flage. Der Wale ist ein Pink-Wale, aber er ist trotzdem ein Thai-Wale. Aber du bist ein Amerikaner, wo ist der Amerikaner-Kite? Das ist okay, nein, ich bin in Thailand für 40 Jahre, also ich mag die Thai-Kite. Okay, und dieser ist der Wale, ja? Ja, das ist der Wale. Aber wie gesagt, wir brauchen den Wind, um den Wale aufzunehmen. Und wie es ist, kann ich sehen, dass der Wind nicht kommt. Ja, sehr ruhig in Thailand. Aber was machst du, wenn der Wind nicht kommt? Du gehst die Linie und rufst. Und das ist das, was wir jetzt machen. Okay, vielen Dank, guten Glück. Ja, und noch am Boden der Pink-Wale. Hoffen wir mal, dass wir ihn heute auch noch in der Luft sehen. Was ist das in Englisch? Ich habe keine Ahnung, Herr. Oh, eine sehr interessante Sprache. Sehr interessante. Ich habe keine Ahnung. Aber er ist Thai, ja? Ja, ja. Er machte Traditioner Kites. Und er kommt aus dem Mahachai. Mein Name ist Minh Mahachai. Und alle in Mahachai, in Bangkok, in Bangkok, in Bangkok, kennen ihn sehr gut. Und ich denke, das ist das Name. Okay. Und hier ist das, was wir das, was ich noch nicht erwähnt. Hier ist das, was ich von Thay-Chai-Thai-Thai-Than. Und das auch hier in der Welt. Und wir haben noch-haut-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance-dance. Vielen Dank. Kuntou, kite surf on the beach. What is kite in Thai language? Wow. Only wow. Yes, it is a culture of the Thai, and play with the kids to the men. Very interesting event. Yes. Very happy. Yeah. Good. Peace, joy, and Padilla City. Yeah.